Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon SoulSilver. Wir sind wieder hier in Mahagonia City gestrandet, um unseren Weg fortzusetzen in Johto. Und zwar Achaiku. Möchtest du uns wieder hier auf dem Wasser begegnen? Ist hier einmal Route 44 und da möchten wir auch weitermachen. Bevor ich aber weitermache, möchte ich euch noch ein kleines Update geben. Ich habe offline ein bisschen gespielt und habe Girafarik auf Level 27 gelevelt und ich habe noch die TM Eisenschweif Girafarik erlernen lassen, denn vorher hatte Girafarik die Attacke in Anführungsstrichen Schnüffler und das war echt gar nichts. Das war wie Platscher. Und ja, damit wir mal eine Stahlattacke in unserem Team haben. Bei Nidoking muss ich zugeben, ich bin nicht ganz so zufrieden mit Blizzards. Hat nur 5 AP. Es ist zwar sehr stark, wenn es mal trifft, aber da haben wir das Stichwort wenn es mal trifft. Deswegen überlege ich mir da ein bisschen was, ob ich eine andere Eisattacke auf Nidoking irgendwie rüberschreibe. Ansonsten bin ich relativ zufrieden, so wie das Team jetzt gerade aufgestellt ist. Jetzt wo ich hier das Ei sehe, ich habe inzwischen auch genug Eier zum Ausbrüten, um meine kleine Evoli Kolonie zu machen und ich habe sogar eins zu viel, dass ich dann irgendwann vielleicht mal ausbrüte oder vielleicht auch nicht. Und habe dafür jetzt Pipi in die Zucht mit Ditto gegeben, damit die auch ein süßes kleines Ei legen. Und während ich offline gespielt habe, habe ich nach Pokémon explizit gesucht. Naja, komm schon. Komm! So! Und die wollte ich euch jetzt auch kurz einmal zeigen. Und zwar hier haben wir die Box mit den drei... Also das ist das Evoli, was ständig in der Zucht war. Deswegen hat das Level 33. Dann sind das hier zwei bereits ausgebrütete. Hier sind drei Eier und eins ist ja noch im Besitz, was ich dann noch am Ausbrüten bin. Ähm, ja genau. Also, ich habe hier einmal ein Stahlos gefangen. Und da kann ich euch überhaupt nicht sagen, wie unfassbar dankbar ich bin. Ich habe Stahlos mit einem schwere Ball oder einem Schwerball gefangen, der aus, ähm, ich meine schwarzen Aprikokus hergestellt wird. Diese Bälle werden dann verwendet für Pokémon, die besonders schwer sind. Also sprich, Relaxo, Stahlos, diese ganze Kantengeschichte. Und, ähm, habe ich in der Felsschlundhöhle gefangen. Das ist der Bereich, bevor man sozusagen zur Safari-Zone kommt. Da in diesem... Halt in dieser Höhle, wo es nach oben und unten eine Treppe gibt. Und ich war da bei Nacht und habe Stahlos ganz zufällig dort gefunden, weil ich eigentlich nach einem anderen Pokémon gesucht habe. Und bei meinen Recherchen im Nachhinein habe ich dann herausgefunden, dass Stahlos nur mit zweiprozentiger Wahrscheinlichkeit vorkommt. Und ich habe es bisher da auch nie wieder gesehen. Ähm, dementsprechend, äh, hier, das Wesen von Stahlos ist... Solo? Okay. Und es besitzt Temperament, ist vom Typ Stahlboden. Wir haben es mit Level 23 gefangen. Und der Fähigkeit Steinhaupt verhindert Schaden, der durch Rückstoß entsteht. Ähm, hat drei Gestein-Attacken. Steinwurf, Felsgrab und Sandsturm und die normale Attacke Raserei. Ist jetzt nicht so der Superhammer, aber ich bin super froh, einfach Stahlos in meinem Besitz zu haben. Ich werde euch gleich auch noch kurz die Pokédex-Einträge dazu vorlesen. Ebenfalls super, super schwierig zu bekommen, ist Baldorfisch. Baldorfisch ist vom Typ Wasser-Gift und haben wir mit Level 20 gefangen. Ich habe es auch mit einem Köderball gefangen, weil das für Fische, die man angelt, einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit noch gibt. Ähm, es hat ein ernstes Wesen und ist irgendwie eitel. Ähm, ich muss dazu sagen, Baldorfisch ist nicht super zufällig gewesen, sondern ich habe dann, als ich Stahlos begegnet bin, mal im Pokédex geguckt, wo man die jeweiligen Pokémon finden kann. Und ähm, da ist mir auch Baldorfisch untergekommen, welches ich noch nicht gefangen hatte. Und Baldorfisch gibt es auf Route 32, da wo unser Angler-Club ist, dort wo wir unsere erste Angel bekommen haben. Und Baldorfisch kann man aber erst mit der Angel fangen, die man dann am, wo haben wir die gekriegt? In Oliviana City. Ähm, mit der nächsten Angel zumindest kann man erst Baldorfisch fangen. Das heißt, damals war das noch gar nicht möglich, es zu fangen. Und es hat auch nur eine Fangrate von, ich glaube, 3%. Ich hatte tatsächlich Glück und habe, als ich die Angel ausgeworfen habe, direkt Baldorfisch dran gehabt. Ähm, welches ich aber aus Versehen besiegt habe. Und dann war das eine Odyssee, das nächste Baldorfisch an die Angel zu kriegen. Ähm, Baldorfisch hat die Fähigkeit Wassertempo, steigert Initiative und, äh, Beiregen. So. Und, ähm, hat die Attacken Herdner, Komprimator, Aquaknarre und Walzer. Dann als nächstes kommen wir zu dem Pokémon, das ich eigentlich gesucht habe, ähm, während mir Stahlos untergekommen ist. Von dem ich gar nicht wusste, dass man es in freier Wildbahn fangen kann. Und zwar ist das Traunfugil. Traunfugil ist vom Typ Geist. Und habe ich mit einem Finsterball gefangen, dadurch, dass wir in der Felsschlundhöhle bei Nacht auch noch waren. Und man kann es nur dort und auch nur bei Nacht fangen. Und es ist auch relativ schwierig zu kriegen. Ich meine, es waren auch 4 oder 5% oder sogar noch weniger. Ähm, ist mir auch einmal entwischt. Und beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Ist vom Wesen her locker und stolz auf seine Stärke. Wie gesagt, Typ Geist ist mir ziemlich wichtig, weil ich ja noch irgendwas in meinem Team brauchte. Ich habe jetzt aber beschlossen, Girafarig und Nidoking mit den Geisterattacken, dass das so in Ordnung ist. Und werde jetzt kein Geister-Pokémon mehr meinem Team hinzufügen. Dennoch bin ich super dankbar, Traunfugil fangen zu können. Das war mir damals so ein bisschen verwehrt, ähm, als ich damals die Edition gespielt habe. Ich wollte immer ein Traunfugil und habe es nie gefangen, weil es, glaube ich, immer für die andere Edition war. Und ja, hat die Fähigkeit Schwebe, volle Immunität gegen alle Bodenattacken. Hat drei Geisterattacken, Gräuel, Erstauner und Kung-Fu-Strahl und Horrorblick. Ist an sich gar nicht schlecht. So, und beim Überblicken ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass allen Pokémon fehlt, was ich auch noch gefangen habe. Ich muss jetzt mal gucken. Ach, ich habe das hier schon dazu sortiert. Ach, ich bin einfach zu ordentlich. Und zwar ist mir auf der Suche nach Traunfugil nicht nur Stahlaus untergekommen, sondern auch Maschok. Und Maschok ist auch ziemlich selten in der Felschnundhöhle. Ich habe das auch bei Nacht gefangen. Und Maschok ist vom Typ Kampf, hat ein sanftes Wesen und ist irgendwie eitel. Fähigkeit ist schildlos, Angriffe des Pokémon und des Gegners treffen. Hat Karate-Schlag, Gesichte, Geowurf und Vergeltung. Also sehr kampflastig. Und ja, Maschok mag ich sehr gerne. Hatte ich auch bei, ich meine bei Pokémon Platin lange in meinem Team. Und ich konnte mich nie dazu durchregen, es zu tauschen, weil es ja sonst zu Macho Mai wird. Und ich weiß nicht. Also ich finde Maholo und Maschok irgendwie noch sehr, sehr cool. Aber Macho Mai ist nicht so... Ich weiß nicht, dass das Artwork schreckt mich einfach total ab. Und ja, ich habe aber vor, noch mit meinem Platin-Spielstand zu tauschen, damit ich eventuell gewisse Evolutionen auslösen kann. Weil sonst entwickeln sich bestimmte Pokémon nicht. Und ja, das war so ein kurzes, etwas doch vielleicht längeres Briefing. Und damit das Ganze jetzt auch rund bleibt, lese ich euch noch die Pokémon... Also die Pokédex-Einträge im... Ja, im Pokédex durch. So die Pokémon-Einträge im Pokédex durch. So, lese ich euch vor. Und zwar haben wir hier Stahlos, eine Stahlboa. Stahlboden-Pokémon, 9,2 Meter lang und 400 Kilogramm schwer. Man sagt, dass ein Onyx, das über 100 Jahre alt ist, hart wie ein Diamant sein soll. Ich weiß nicht so ganz... Ich meine, Stahlos wird ja mit einem Metallmantel evolution... Also Onyx mit Metallmantel wird zu Stahlos. Ähm, es ist ja kein 100 Jahre altes Stahlos. Deswegen finde ich das so ein bisschen irreführend, was hier steht. Aber ich bin jetzt mal nicht so hoch. Ähm, dann haben wir noch... Wo ist es denn? Maschok ist ein Kraftprotz vom Typ Kampf. 1,5 Meter groß und 70,5 Kilogramm. Sein muskulöser Körper strotzt vor Kraft. Sein Körper strahlt auch im Ruhezustand pure Kraft aus. Das stimmt, das kann man so unterstreichen. Dann haben wir hier Baldorfisch. Ein Ballon-Pokémon vom Typ Wasser-Gift. 50 Zentimeter groß und 3,9 Kilogramm schwer. Die kleinen Stacheln an seinem Körper sind aus Schuppen entstanden. Damit emiziert es Gift. Und zu guter Letzt haben wir hier Traunfugil. Kreischer, warum auch immer. Ein Geist-Pokémon. 70 Zentimeter groß und 1 Kilogramm schwer. Es liebt, Menschen zu beißen und sie an den Haaren zu ziehen. Nur um ihre Reaktionen zu sehen. Ziemlich böses Pokémon, wenn ihr mich fragt. Und ja. Das war es soweit mit meinen Pokémon. Ähm. Ja. So. Wie gesagt. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Jetzt lässt der gute Herr uns auch hier passieren. Und da ist schon der erste Kampf. Ich werde gewinnen. Hundertprozentig. Ja. Eine Herausforderung von Psycho René. Der hat ein Nacho. Ja, gut. Und tschüss. Ein Kadabra. Ne, wir machen mal weiter. Kadabra ist auch schon ein sehr cooles Pokémon. Aber die Raffarik war jetzt einfach schneller. Ja, super, danke. Danke für gar nichts. Na, das ist schon ein bisschen böse hier. Wow, Kadabra kann Ladestrahl. Das ist mir aber jetzt auch neu. Na gut. Passt schon. Oh, das hat jetzt mehr abgezogen, als ich dachte. Eine schockierende Niederlage. Na ja. Komm, das ist halt so. Es ist wichtig, von sich selbst überzeugt zu sein. Das ist richtig. Ähm, ich überlege gerade, wer hatte jetzt nochmal das Minz-Amulett. Ne, das hat Energiekraut. Wundersaat. Minz-Amulett. Ich gebe das Minz-Amulett mal Girafarik, weil ich das ja jetzt auch auf der ersten Position habe. Das macht einfach Sinn, weil ich das ja auch aufleveln möchte. Die anderen sind jetzt gerade nur Backup, weil die relativ stark sind. Und Girafarik, wie ihr im Kampf gesehen habt, ist ungefähr in der Level-Spalte, die jetzt gerade in Erwartung ist. Deswegen muss ich Girafarik einfach ein bisschen pushen, damit es noch mithalten kann. Wir haben hier ein rotes Aprikoko, wenn mich meine Augen nicht trüben. Ja. Sehr gut. Ein Top-Schutz. Das ist auch was Schönes. Ah, hier könnte man wahrscheinlich Surfer anwenden. Hier wahrscheinlich die ganze Zeit Kopfnuss, Kopfnuss. Okay, hier sind noch ein paar Kämpfe, denke ich mal. Hyperball, sehr gut. Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu kriegen. Okay, da kannst du dich direkt hinter Jens und Eugene, oder wie er heißt, einreihen. Pokémon-Pokémoniac Akira hat ein Rihorn. Rihorn ist uns bisher einmal nur in der Safari-Zone begegnet. Und wir haben es leider nicht gefangen. Wir haben wahrscheinlich zu wenig Matsch geworfen. Oh, ging auch leider daneben. Und wir haben Level 28 mit Gira Farik erreicht. Gira Farik versucht Gewissheit zu erlernen. Ah, Gewissheit ist doch das, ähm... Ist das nicht das, was... Ja, das hat schon Ibita. Ich würde das jetzt passen. So, Akira. So, ein tolles Pokémon-Team hätte ich auch gern. Ja, dann... Dann lass dir das doch mal irgendwie... Zusammenstellen. Pokémon mit ungewöhnlichen Farben sind wertvoller als normale. Was? Das findest du nicht? Per se nicht, aber ich kann verstehen, er meint die Shinies halt. Oh nein, na besten Dank. Jetzt ist mir das Quapsel durch die Lappen gegangen. Du Lappen. Da schreit nach Genugtuung. Es tut mir ja leid. Ich wollte dich doch nur was fragen. Jetzt wirft ja die Angel nach uns. Angler Alfred. Oh Gott, das ist ja ein richtiger Zungenbrecher. Goldini. Da stampfe ich jetzt einfach kaputt. Tschüss. Tschüss. Noch ein Goldini. Wir bleiben bei Girafarik. Na super. Das... Ja gut. Jetzt sind wir verwirrt. Betten, wir verletzen uns. Na. Glück gehabt. Hm. Kurz vor knapp. Ah, wir sind nicht mehr verwirrt. Das ist doch auch schön. Und ein Goldking. Dann machen wir das Ganze doch noch rund. Das lacht uns auch schon wieder aus mit seinen ekligen Zähnen. Ja, das war gut. Yes. Level 29. Mir reicht's langsam. Dann geh doch nach Hause. Aber ich muss zugeben, der Kampf an sich war gar nicht schlecht. Hör zu. Beim Angeln ziehe ich von Zeit zu Zeit Items an Land, die die Leute ins Wasser geworfen haben. Das nächste trete ich dir ab. Du verrätst mir doch deine Telefonnummer. Ja, ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr, ne? Ganz Joto hat irgendwie meine Telefonnummer. Gut. Ich melde mich, sobald ich was Gutes an der Angel habe. Am besten Evolutionsstein. So, die hat schon wieder was von unserem Geld gekauft. Ja, 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 ja. 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 So, ich geh noch mal ein Stück zurück. Später verpasst man noch was. Dann soll ich einfach mal die Angel auswerfen. Wir haben was geangelt. Das ist doch schön. Ein Quapsel. So, einfach den zweiten Versuch starten. Noch ein Quapsel. Es ist ja nicht so, als würde ich Quapsel nicht mögen, aber wenn, dann würde ich gerne Weiterentwicklungen anfangen, die ich dann auch noch mal weiterentwickeln kann. Ich glaube, die Chance ist niedrig. Ich angle so lange, bis ich nicht mehr kann und kämpfe bis zum Umfallen. So handhabe ich das mit meinen Pokémon. Ah, das ist auch nicht immer so gut. Eine Herausforderung von Angela Albin. Haben die alle einen Namen mit A? Ein Remorait. Ich kann auch immer noch nicht so ganz glauben, dass es ein Remorait in Oktillerie wird. Das macht so gar keinen Sinn. So, ein bisschen Verwirrung hier. Obwohl, es verwirrt ja leider nicht. Obwohl es danach aussieht bei dem Psystrahl. Das haben wir doch gut gemeistert. Hm, irgendwas ist schief gelaufen. Hm, irgendwas, ja. Das macht dann 100 Siege und 101 verlorene Kämpfe. Ich höre besser eine Weile mit dem Kämpfen auf. Och, das ist doch gar keine schlechte Statistik. Wir sind weniger als 40% dann. So, was hat denn angebissen? Ein Karpadur. Wie könnte es anders sein? Oh, die oder ihn habe ich gar nicht gesehen. Du siehst sehr stark aus. Gute Trainer suchen instinktiv nach starken Gegnern. Ah, glückliche Fügung oder auch nicht. Eine Herausforderung von Ast-Trainer Cora. Die wird mich nicht mit ihrem süßen Voltilamm kriegen. Da habe ich gar kein Mitleid. Oh, oh, oh. Tja, es hat leider keine Wirkung auf mich. Tschüss. Tschüss. Ein Blue Bella. Ähm. Ich bleibe mal bei Nido King. Ja, das ist ja immer so. Ah, Blizzard wird mich wirklich anschlagen. Gehe ich mal davon aus. Okay. Ja, das ist echt blöd mit Blizzard. Da kann man sich nicht so ganz drauf verlassen, in den Momenten, in denen man es vielleicht benötigt. So, Level 38 mit MidoKing. Astrenakura wurde besiegt. Nein, so geht das auf gar keinen Fall. Tja. Hat die noch was für uns? Hallo, ich habe schon wieder dein gesamtes Geld ausgegeben. Hahaha. Sehr schön. Nicht. Mit den Kämpfen steckt unsere Erfahrung und wir werden besser. Ich habe viele Kämpfe ausgetragen, um zu werden, was ich heute bin. Ein Profi. Schöne Worte. Aber ich muss mich einmal kurz heilen gehen. So. So, sehr schön. Und noch einer, der kämpfen möchte. Man sieht schon an deinem Auftreten, dass du ein guter Trainer bist. Ich kenne mich gut mit Pokémon aus. Dafür habe ich einen Blick entwickelt. Wow. Eine Herausforderung von Astrenakura. Stan. Der hat ein Glutex. Oh, Glutexo. Oh, jetzt bin ich fast an meiner Spucke verschluckt. Oh, erstickt. So. Ein Glutexo. Ich muss ein bisschen ausprobieren jetzt. Stapfen wir nochmal ordentlich drum. Okay. Das hat mich wenig abgezogen. Und es geht auch noch daneben. Perfekt. Oh, jetzt kommt die Verbrennung. Oh, jetzt kommt die Verbrennung. Ich bin tot. Ja, perfekt. Das habe ich aber auch selten. Ah, natürlich. Der versucht mich jetzt hier zu braten. Ja, fand ich aber ganz gut. Zumindest. Selbst obwohl es nicht effektiv war. Ja, Donnerwelle ist gerade noch das geringste, was mir passieren kann. Ja, komm, Ibitak. Das war doch ganz gut. Ach, Mann. Oh, das gibt es doch nicht. Ah, komm schon. Greif an. Nein. Das ist ja jetzt hier am Ende nochmal ein Drama. Dann kommt noch mal Gutec so und dann... Ah, wir sind wenigstens nicht mehr verwirrt. Ähm, ach ja, Girafarik ist ja out of order, dann bleiben wir bei Ibitak. Ja, das ist unschön. Ah, stopp, stopp, stopp. Ah, nein. Nein. Ähm. Nehmen wir mal Nido King. So. Wiedersehen. Pah, das war ja der totale Reinfall. Ja, für dich. Ja, für dich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.